Bazilika Minor, eine kleine Bazilika. Ich würde mich vergleichen rechts ab. Ich habe zwar noch einen Aufkleber hier an der Scheibe. Hier rechts ab. Hier rechts ab. Hier rechts ab. Okay, rechts. Hier rechts ab. Hier rechts ab. Hier rechts ab. Hier rechts ab. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ... und irgendwo aus... ... und Ceska... ... und noch so ein bisschen... ... allerdings mit der Schweinebastung... ... die wandeln welche... ... und der Sarri... ... der Präsident hier war das nen Klaus... ... der so deutsch war... ... aber der macht nur deutsch... ... und das begegne ich hier nicht... ... Klaus heißt... ... und bach rechts... ... wir haben uns immer ein bisschen rechts halten... ... bis wir wieder nach Deutschland reinkommen... ... das könnte ich alles mitnehmen diesmal... ... nur hier noch nicht... ... da unten auf die Route... ... doch... ... war das... ... aber gut... ... jetzt fahren wir hier hoch... ... und dann nochmal zurück... ... das ist irgendwie am Bayern-Zahn... ... vielleicht gibt's noch ne zweite Möglichkeit... ... jetzt wissen wir auch wie das heißt hier... ... hier... ... Herrmanni... ... und Jablone... ... und Gästeni... ... und die Lofarm ist im Boden... ... hier einfach... ... und Räucherdärz... ... sieht ganz gesund aus... ... und hier... ... voll von ganz viel... ... hier... ... Freizeitpark... ... hoch und zieht... ... ein Kurort... ... ja und jetzt sehen wir... ... warum und das ist... ... mutiglich da unten mal... ... schon fett... ... boah... ... Hulanbator... ... boah... ... da ist ein Schild nach Hulanbator... ... da zieht... ... da unten mal rein... ... nochmal ne andere Ansee... ... zurück... ... aus... ... da ist ein Tank... ... hu... ... es wird noch gut... ja eigentlich... ... alles ganz schön kann... ... das ist ein Ruin... ... in Halt... ... das ist ein Ruin... ... das ist ein Bauer... ... das heißt... ... das ist ja ganz schön... ... ein Halt... So, dann links rum, die kleine Strecke. Hier unten rein. Hier, schöne Holzbrennerbundel und haben Holznägel. Nicht so viel steil wie früher. Fahrer, 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 Fährter. Weiß ich immer, das ist natürlich aktiv. Hallo! Holznägel, Schäch. Ich brauche kein Ärger hier. Problem. Wofür zum Präsidenten? Das ist eigentlich ein Nationalist. Hier der Präsident. Klaus. das ist ein Papel für seine Republik mit Volk-Miller-Devitaal-Rechte sonst gibt es denn hier noch neue Neuigkeiten mit dem Weg und mit dem Ski mit dem Platz zu können ja, was ist denn da? das ist schon jetzt geworden